hallo und herzlich willkommen zurück bei obscurity zusammen mit der zauberhaften grünen julia hallo und den braun-gelb-grau-tönigen link ja und den blass 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 grünlich blauen brother moon und was haben sie mit link gemacht er hört sich anders an nein ich kann mit veränderungen nicht umgehen tschüss das ist nicht link wer ist das dann ich weiß nicht das muss jemand anders sein das ist die rüsselpest der linke hat ein neues mikrofon wollen wir sagen jetzt mögen wir nicht mehr ist das so ausländisch krank weil heuschnupfen schon wieder was ist hier für ein loch das ja ich habe jedes jahr heuschnupfen wie ich sonst was ach du auch es wäre auch ungewöhnlich wenn du nur alle zwei jahre heuschnupfen hättest ach was die pollen gegen dich aller geschmiff liegen nur alle zwei jahre ja wo war ich weiter ach ja blümelein ich wollte mit dem blümelein weitermachen und zwar was machen wir denn schönes create air domes underwater namens bubble die heißen bubble okay lexikon building under water is a no small task clearing air under the seas was willst du von mir was macht die wissen was ich machen wollte man will help start to create a dog du wolltest blut machen die macht mehr unter die macht mehr unterwasser luft ich habe eine pflanze die unterwasser luft macht mit magic 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 ich brauche dafür türkis ich habe epic bacon alles klar ich habe keine musik auch nicht irgendwie ich habe ja immer diesen copyright musik stream hintergrund laufen aber da geht schon seit tagen nicht mehr das war doch das ist ja richtig doof das ist richtig auch fertig fertig sogar ich habe ein ich ohne jung geschmückte ich hohe tuch verstärkter silberholz starb das item wohl nicht haben oder erzählen ja darüber sommer wasser jetzt hat noch kapazität von 1000 was auch immer aber wahrscheinlich werde ich am ende dann doch nicht fertig weil ich euch wieder helfen muss brauchst du das nicht da ist so was für dich mit air terra ignis aqua ordo ja ja schmeißt einfach ins me klingt total krank das ding ist es wahrscheinlich auch ja das ist ja kein sammeln im me doch hier weizenkörner heißen die dinge was das hier sieht aus wie ein koko ein schwert ein verdammt schnelle schwert und festplatten cool das ist ja noch ein was oder und warum rennst du da unter und was ist los mit dir ist es verkehrt mit dir was machst du hier während wo währung hier ist so ein villager ausgebüxt ich habe ihn gekillt was muss noch irgendwo zehn quest abgeben ich weiß noch nicht wo hier sind noch zwei ich war das war einfach so ich habe ich nur an der wasserbubble pflanche toll wollte ich immer schon mal haben die rune sind fertig muss man minecraft musik anstellen musik geräusche musikieren wofür kommen wir epische minecraft musik ok ich habe schwarz pulver drei stacks bekommen ist das nicht episch das ist ja richtig nice ja richtig nice ja wie nice richtig nice oh mein gott was ist nur ein bisschen collecting things trichter kraut ich überschwemme hier schon wieder alles mit lila zeug ok also beim trichter kraut schaue ich jetzt am besten will nicht nach was das macht das kann sich jeder denken was denn das trichtert ah ja das saugt also also auf eine andere art du weißt ja es saugt es ist halt ein es ist halt ein trichter das sammelt die dinge halt auf das collected anderes also habe ich eine große kiste gefunden ich habe eine improved emerald chest gekriegt äh ne guck mal ins me das sind improved meneleum chests dann schauen wir wie groß die sind war das klingt der der gesprochen hat ich kenne die stimme nicht link link soll nicht nein der hat seinen bruder vorbeigeschickt ich habe keinen bruder ich habe nur eine schwester hat link rüsselpest man stell dir vor so höre ich mich wirklich an das glaube ich nicht nein also als als jemand der schon viele headsets gehört hat kann ich dir sagen nein so hörst du dich nicht an es ist deutlich näher an mit sicherheit aber nicht das wie du dich wirklich anhörst ja das kriegt kein headset hin ein headset definitiv nicht ne ne ein headset nicht mikro schon ich bin ja nur mit beschäftigt irgendwelche quest abzugeben hier weil ihr immer so viele macht wir machen überhaupt keine quest zum tue ich habe terrastal bachen gekriegt zwölf stück 12 12 brauchst du für you nein jetzt gerade nicht aber wahrscheinlich also letzte auf der feststelle hätte ich die sicherlich sehr gut gebrauchen können jetzt mal sagen soll dass ich meine quest abgeben ja da denke ich doch nicht dran aber das ist ein reward also die ganzen sachen gebraucht hast davon kriegt man das ja sagen wir mal so so habe ich wenigstens echte ehrliche arbeit reingesteckt genauso wie mein wunderschöner riesengroßer turm hier echt krass viel manaschäffel das reicht tatsächlich echt für alles hier sogar fürs tor ich bin begeistert ehrlich ist man ja ich hab dir sogar mit einem rosa farbeimer angemalt really really echtes mana ja schwörst du bei all deinen abonnenten bei den inaktiven pushing things a ventilator blume wie toll ist das das ist ein scheiß die brauchst du im echten leben ja das wär episch ne das wär richtig nice richtig nice ventilator blüsch richtig nice erschaffe ändermann was was haben sie nur gemacht mit uns was ist was ist verkehrt ne ja irgendwas stimmt hier nicht wir haben irgendwas falsches gegessen glaube ich ich habe halt leberkäse gehabt ich hatte dönerpizza du musst es aber auch gleich krachen lassen ist es pizza nein es ist eine dönerpizza was du musst es aber auch gleich wieder krachen lassen ja mal so richtig so nein das sind sechs ich will doch nur fünf habe ich jetzt alle quest abgegeben oder ist irgendwo noch eins versteckt ich habe jetzt in der zeit wieder eine quest ich habe alles abgegeben es ist nichts mehr da blut ich brauche blut wenn wir dich aufs blut wart habe ich äh äh quest abgegeben genau wie viele quests hattest du denn hä 13 stück schon wieder ich abgeben muss keine ahnung ok ich habe drei ja was ich meine hier fertig aber dauert ja noch ein bisschen sie gehen auch mal wieder in die blutquests rein wo sind die denn überhaupt ja ich habe auch schon wieder zehn stück bloody adventure wir brauchen ach doch scheiße da war ja wieder was ich habe mir in spiel zu braucht was habe ich gemacht more sigils more sigils ach ja da war ja was ich nicht abgeben konnte more sigils da muss ich noch ein paar machen aber dann habe ich die alle und es hat keiner davon erkannt das war stimmt was glaubst du ja ich muss nur gucken ob ich jetzt eine schon wieder fertig habe ich gebe mir schon mal wieder op richtig ja die wirst du brauchen genau ich hatte schon welche gemacht ich weiß noch nicht mehr wo ich es hingefackt aber hier digital des grünen heinz hatte ich schon das war noch das war noch davon oder da mal gucken nee woran siegel des haltens siegel der blutlampe siegel der elementar affinität siegel der phantom brücke und siegel des magnetismus ne davon habe ich da war das das wo ich schon was hatte grünen heinz schnelles bauen ehrensiegel siegel des schnellen bergbaus ne das war was anderes ähm hier vielleicht da war das siegel ne was ist das siegel ich hab keine ahnung ich hab mal irgendwo was gemacht aber vielleicht war das für den anderen hm joa äh 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 luft nice schon da vielleicht war das hier für ne was da aber auch alles viel in käse immer bei diesen quests rauskommt mhm käse ja käse wär jetzt fein ne mhm warte mal war das für euch das hier was ich machen wollte ich hab schon 5 ae äh 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 schwarz bindemittel und aquasalius da das quest wollte ich machen jetzt muss ich nämlich das nächste jetzt muss ich nämlich magic kales machen okay alles klar und zwischendurch immer wieder ein bisschen villager töten also ich glaube das war grad ganz gut was aus meinen lucky bags rauskam weil ich habe shiny helmet oh geil minus 8% geschwindigkeit plus 0,2% standfestigkeit what the fuck ist standfestigkeit dass dich ein creeper nicht wegspringt na viagra wow äh wirklich entschuldige irgendwie du vonstatten also bitte redstone contenance ja das ist ja nicht viagra ich kenn das gar nicht redstone ich auch nicht ich hab's nicht nötig ein knolliger flux kompensator redstone schwarzpulver glostone fluxierende elektrumbarren was da alles für ein scheiß rauskommt also wir brauchen noch redstone ich muss jetzt grad nachgucken nicht dass ich schon wieder hier herzchen benutze die scheiße sind close zone ich hab wohl welche ins ambiental geschmissen weiß man nicht ob so gut war oder nicht na ich hab ja welche bekommen aus den rewards heraus deswegen achso ja ich auch ich hab keinen katalysator mehr ach du scheiße du hast keinen katalysator mehr ja darf ich noch fahren mit meinem auto nein also muss ich mal noch einen katalysator bauen genau ich hab auch hier 60 katalysatoren ich hoffe du hast eine vergaser innen beleuchtung und natürlich nicht zu vergessen die kolbenrückholfeder die kolbenrückholfeder die ist mindestens genauso wichtig wie die vergaser innenbeleuchtung naja wenn du was sagst kennst du diese begriffe nicht das sind so die typischen begriffe mit denen man kfz-lehrlinge foppt genauso wie man köche in die kühlung schickt zum fenster zu machen oder zum sauerkraut aufhängen nein alle diese berufe sind mir völlig fremd ach rather ja das ist mein name nix so äh der botaniker gib mir ein fünftes geil für fünf ventilatoren blumen bekomme ich einen ventilator als reward geil nice ja hab ich mir auch gut verlegt eine eine wow und ich hab eine eine gedünstigungswürde gegenportblume die ich jetzt bauen darf naja ich muss äh terrae bauen was auch immer mhm spektran spektrae spektrae realized erde obsidian 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 alles klar sand erde obsidian was macht die denn da transporting items a long distance can be an irgendwas task water channels and bla 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 okay die kann dinge transportiert sand so gut dass ich das kann ja doch nice ja ich finde ich bin begeistert wie viel brauche ich davon zwei woche erde kann man nicht weißes welches ist jetzt die richtige die da glaube ich woche fünf werde ich brauche nur fünf sand auch obsidian obsidian davon bruch 10 noch was habe ich noch gesagt was brauche ich noch was brauche ich noch was brauche ich noch war es ja schon sand erde obsidian und natürlich das das eine was immer und so sand erde obsidian ich habe die dritte questreihe komplett abgeschlossen also sand erde obsidian sehr schön manchmal ist es total schnell bei manchen items komisch ach ja also machen wir die teleport dings blume bauen blutorb des erz magiers warum macht ihr meine teleport dings blume nicht irgendetwas stimmt da nicht vielleicht sollst du dich nicht teleportieren ich brauche zwei weiße ach von dem brauche ich auch zwei deswegen jetzt haben wir das doch rather incendium genau die folge ist schon längst vorbei denn die um ja bis morgen bis dann tschüss herzlichen und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier von minecraft obscurity mit link und rather moon ist denn schon morgen übermorgen also bei mir ist noch heute ja dann hast du was falsch gemacht nein habe ich nicht lohn staub doppel folgen hoch du nasie ich weiß deswegen sag ich ja morgen oder übermorgen hä hä was laberst du nix ach ok boah ich habe voll viele von den blumen schon fertig ich muss nicht auf hier machen bbbbbbbbbbb Kiste schmeißen und du konfirmst das. Können wir auch mal haben. Mir doch wurscht. Rapha muss dein Zeug auch craften. Bevor die's abgeht. Ja, ich mein's auch craften, ey. Das wusste ich nicht. Ja, ich mach das doch, meine Güte. Was ist da los? Ich mach das schon. Auch wenn ich keinen Bock habe, das ganze Zeug zu craften. Ja, ist da kein Ding. Ich mach das doch. Du kraftest mir mein Zeug, das aber nicht. Nein, ich craft doch nicht. Alter! Du hast ja gesagt. Nein. Doch, du hast ja gesagt. Nein. Doch, du hast ja gesagt. Ach. Ich crafte mir meins. Du craftest mir mein Zeug, das war nett. Meins. Martha, Emil, Ida, Nordpol, Siegfried. Meins. Ja, danke. D1. Ich war jetzt ne Rana-Wurzel. Mach doch mal ne Rana-Wurzel. Das ist kein Rana, das ist das rote Peter. Schmeckt gut. Okay. Ja. Hättest du nicht gedacht, ne? Hätte ich jetzt nicht. Hier kann ich labern, ja. Quite a handy flower indeed. Verana Kapos will pick up any nearby blocks in dropped items form and place them in the world nearby. WTF? Ich schmeiß dir die Dinger hin und die baut die auf. Puh. Und warum sollte man das wollen? Ich liebe einfach nur Manna-Sit-Sit-Sit-Sit-Sit-Sit-Sit-Sit-Sit-Sit-Sit-Sit. Weil der Link sich so ausgedacht hat. Weil es kann. Ah. Zweifel nicht an den Link. Der Link ist allmächtig. Ich würde niemals an Link zweifeln. Wo ist der heute eigentlich? Weiß ich auch nicht. Nur der Austauschstudent da, ey. Ja, echt so. Und warum zur Hölle habe ich nicht genügend Erderunen? Signal-Umblock? Wofür braucht man Signal-Umblöcke? Nein, Signal. Um Signale zu machen. You don't say. Ja, doch. Glaubst du jetzt nicht, ne? Ich hab grad eh was in das Metall geschmissen und ich weiß nicht mehr was. Egal, weg ist es. Was ich weiß nicht brauche, hol ich mir wieder neu aus dem Ding raus. Was? Ich hab hier gar keine Seuche mehr? Was ist da los? Ach nee, die hat... Was? Du hast keine Seuche mehr? Nein. Ich hab keine roten mystischen Blütenblätter mehr, dachte ich. Aber... Tatsächlich heißen die überall gleich. Egal. Also die normalen und die Mana-Blättchen. Außer bei den roten. Da heißt das eine rotes und das andere red. Beste Übersetzung. Krepitos. Oh Gott. Deshalb spiel ich auf Englisch, weil dann ist alles Englisch. Nö. Seh ich gar nicht ein. Schwarz-Burger, Schwarz-Burger, Bruchstein. Bruchstein. Das ist ja... Was ist das denn einfach? Schwarz-Burger und Bruchstein brauche ich. Das ist ja easy. 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 Come on. Fertig. Wenn man... Wenn man... Wenn man so lange craftet, dass man pro Folge nur einen Quest schafft oder eine halbe Quest, dann ist das ganz schön übel, oder? Dann bist du ganz schön langsam, Ryder. Kann auch sein. Oder man muss verdammt so viel Scheiße craften. Beschwer dich bei Link? Nee, dann gib dir nur einen unendlichen Mana, Brun. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin doch gar nicht da. Genau, Link ist gar nicht da. Ja. Ja. Dann gib dir nur einen unendlichen Mana und dann... Fehler, du würdest sagen müssen, du... Er ist gar nicht da und nicht ich bin gar nicht da. Mann, 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 Mann. Einmal mehr Brun. Ach was? Mein Problem ist, dass es gibt kein unendlichen Blutalter. Ja, was soll ich sagen? Ich brauche Mana ohne Ende. Ich brauche nur Blut. Scheiß auf Mana. Gib mir dein Blut. Was? Nein. Gib mir dein Blut. Nein, Moment, das war... So, 5 da rein. Das ist fertig. Jetzt brauchen wir noch Sanktus. Das klingt irgendwie heilig. Ja. Sanktus in spiritual. Dafür brauchen wir Glowstone, Goldnugget, Glas. Alles klar. Den Glowstone. Na ja, kann ich hier gleich wieder neue nach-craften. Start. So. Goldnuggets. So neid. Danke. Ah, ja, herrlich. Glas. Mhm. Nee, 6. Das war spannend. Nur 5. Was ist spannend? Na, das hier. Mein Craften-Gedöns. Was? Ich stehe die ganze Zeit total und schmeiße Blütenblätter in dein Ding rein. Du wirst nicht weh? In ein Ding rein, nicht in mein Ding. Ich hab kein Ding. Gott sei Dank. Link. Wär ein bisschen weird, ja. Ach ja. Link, deine Quests sind scheiß. Sag nichts gegen meine Quests. Du deine, du bist doch nicht Link. Ach so. Hi. So, was haben wir jetzt? Creating Ores. Eine Erzblüte. Cool. Die ist geil, die kann die Erze herstellen. Ach nee. Ich hätte jetzt beinahe im Lexikon nachgeguckt. Die braucht aber richtig viel Mana. Aber, hey, das ist ja kein Problem für dich, oder? Ich hab ja so einen großen Zuhafen. Und wie macht die das dann? Baut die das dann hin, oder? Ja. Die verwandelten Stein in der Nähe in den Erz. Da musst du jetzt dann eine Maschine bauen, wo das dann alles abgesaugt wird. Guck dir die Firma bei mir an, dann weißt du das. Jetzt auch, wie du sagst. Kristallos. Alles klar, ich brauche Eis, ich brauche Schnee. Das tut doch weh. Haben wir wahrscheinlich nicht in der Mitte Eis und Schnee, oder? Kann sein. Nee, wir haben kein Eis. Eis kann ich dir bestimmt machen. Schnee könnten wir haben. Ich brauche 10, eher Schnee habe ich. Ich brauche 10 Eis. Schnee haben wir. Ja, mache ich dir. Das ist ja geil. Ich habe die Maschine angemacht. Gier und Hochmut. Du hast eine Eismaschine? Ja. Geil. Ich hätte gerne zwei Kugeln Vanille, drei Erdbeer und eine Schokolade. Zitrone. Beste. Wohne beste? Joghurt ist eigentlich die beste. Joghurt ist auch gut. Also wenn ich in einer Eisdiele Eis esse, mag ich total gerne Zitrone. Ich weiß nicht, da finde ich schmeckt Zitrone einfach immer voll gut. Wenn sie das mit richtiger Zitrone machen, dann ja. Ja. Nein, sonst nicht. Sonsten scheiße, sonst bäh. 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 Es gibt leider nur Kaffee-Eis, Schokolade, Pfefferminz. Kaffee geht auch. Erdbeere, Karamell, Kirsche. Ah doch, Vanille gibt es auch. Kirsche? Es gibt kein Kirsche-Eis. Ich suche überall Kirsche-Eis. Es gibt kein Kirsche-Eis. Ich sehe mir keinen. Also. Ich kenne keinen Eisdiele, die Kirsche-Eis hat. Vanille? Es gibt Bananen, es gibt Aprikose, es gibt Kiwi, es gibt alles. Aber kein Kirsche-Eis. Hab ich noch nirgendwo gesehen. Wirklich? Nein, gibt es einfach nicht. Es gibt Kirsche-Eis. Es gibt Kirsche-Eis. Nein! Es gibt nur Amarille, Kirsche-Eis oder sowas, aber es gibt kein Kirsche-Eis. Ich habe rather... Also. Wir haben Pstazie, wir haben Kirsche, wir haben... Es gibt keinen Kirsche-Eis. Wir haben Erdbeere, Karamell, Pfefferminz, Kaffee... Weil Kirsche-Eis mag ich auch am liebsten. Und das ist eine Eisform, wäre richtig geil. Und Bananensplit gibt es auch noch. Gut, hast du jetzt 10 Eisböcke für mich? Ja. Ja. Also schon? Ja. Hast du wohl denn? Warte, ich weiß nicht. Das wäre geil. Oder sind sie? Das sind 14 die Produzen. Die Bubbel stört mich, die guckt mich an. Die Bubbel, Bubbel, Bubbel dich an? Die guckt mich an, ich kann das ganz genau sehen, die beobachtet mich. Was willst du dagegen tun? Nichts. Zurück starren. Wenn du in den Wald blickst, dann blickt auch der Wald in dich. Aber, 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 das ist doch alle... Wat, 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 wat will das denn von mir? Also, ich habe graues und grau. Ist das grau? Das ist grau. Ja, so grau, grau, grau mit Julia. Hellgrau. 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 Dunkelgrau. Mystisches. Mystisches. Mausgrau. Ach, das ist falsch. Mann, sag mir doch, dass das falsch ist. Julia? Ja. Das ist falsch. Ach so. Na. Gut, dass ich dir Bescheid gesagt habe, oder? Ja, danke. Ich wäre sonst nie drauf gekommen. Tenebrae. Alles klar. Was ist Tenebrae? Tenebrae. Und davon auch fünf Stück? Natürlich. Kohle. Obsidian. Und Ton. Alles klar. Ne. Doch. Oh. Biolek. Und? Yay. Was hat es denn jetzt schon wieder geschafft? Ja, das ist es ja. Ich habe es geschafft. Ach so. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brauche ich. 10 Kohle. Ich brauche noch Ton. Was habe ich noch gesagt, was ich brauche? So passt ihr auf. Ja, ich habe die Erzblüte fertiggestellt hier. Nee, nee. Ich musste mich konzentrieren. Die war heftig. Die brauchte voll viel. Cool Obsidian. Cool Obsidian. Obsidian. Marimorphosisch. Was ist hier Marimorphosisch? Obsidian. Entschuldigung. Die haben wir schon mal gebaut. Creating Colorful Stone. Ah. Ähm. Creating. Eating. Nether Ores. Uuuuh. Quell. Quell? Mhm. Opferen wir noch ein bisschen Blut zwischendurch. Boah. Die braucht ja schon wieder so viel. Warte. Die saugen wir mal ein ganzes Inventar leer. Das kenne ich irgendwoher. Ja. Okay. Erstmal trinken. Wie viele brauche ich denn davon? Zwei. Zu viel. Ja. Ich muss zwei. Also zwei zu viel. Link. Ja. Wer ist fertig? Der ist nicht da. Egal. Ich möchte gerne Link. Wer ist fertig? Nein. Ja. Ich möchte gerne Link. Ist ja noch mal da? Ich bin da. Ich bin da. Das ist ein wenig, denn da? Nix gleich, jetzt abgeben. Gier und Hochmut? Kommt vor, dem Fall. Ja, wow. Welches? Ähm, 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 Alchemy and Spells. Hast du? Ja. Gott sei Dank. Mhm. So ist das. Du hast so viel abgegeben. Den Casting-Table hatte ich noch nicht fertig. Den Zaubertisch. Das kann man mir erst, nachdem man das andere abgegeben hat. Aber ist ja wurscht. Ich kann die nur komplett abgeben. Ich muss die ja sowieso bauen, weil ich die wahrscheinlich brauche, oder? Ähm, um Spells zu casten, ja. Wo brauchst du denn? Ja, also muss ich den eh craften nachher. Bisschen rote Rolle und ne Buch. Äh, du musst, du musst keine Spells, ähm, casten können, weil das kann man nicht abfragen im Questbuch. Alles klar, dann brauche ich das Ding nicht. Scheiß drauf, ist ja nicht so schwer. So schwer ist er ja nicht, das, äh, dass man jetzt sagen müsste, oh, das können wir nicht. Du musst nur die Einzelteile dafür bauen und dafür brauchst du den nicht. Das reicht, ist wir gleich fertig. Perfekt. Gut. Und? Oh, geil. Weißt du was, Julia? Hm? Wenn ich so auf die Uhr gucke, dann läuft der gerade 14 Minuten und 29 Sekunden. Weißt du, was das heißt? Dass die Folge bald zu Ende ist. Ja. Wenn wir jetzt noch 20 Sekunden reden, ist er auch wirklich zu Ende. Nee. Doch. Oh mein Gott. Nee, doch. Oh. Ja. Dann würde ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen. Schalten Sie auch morgen beziehungsweise bei mir übermorgen wieder ein. Auf. Tschüss. Wie schön langsam sich das gesagt hat. Bis dann. Tschüss. Bis dann.